Die Ankunft von Asylsuchenden stellte alle aktiven Bürger der Landeshauptstadt Dresden vor große Herausforderungen. Parallel zur steigenden Zahl Schutzsuchender hat sich eine Vielzahl von Vereinen, Verbänden und Initiativen gebildet, die sich die Unterstützung und Integration für Asylsuchende zur Aufgabe gemacht haben. Schnell zeigte sich aber, dass dieses starke und wichtige bürgerschaftliche Engagement einer Bündelung und Zusammenführung bedarf. Die Homepage AFEFA – Alle für einen, einer für alle – zeigt, dass es durch verschiedene Aktionen und Projekte gelungen ist. In der aktuellen Asyldebatte in Dresden neue Perspektiven zu eröffnen, den Dialog zu fördern und so letztlich auch dem Zuspruch von Pegida sukzessive mit logischen, sachlichen und damit nachvollziehbaren Argumenten zu begegnen. Mit einer Anerkennung im Sonderpreis Alles Inklusive sagen wir Danke für dieses so wichtige Projekt.